Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Bob und ich begrüße Sie zum Update der Trading mit Saisonalitäten IDHP Inc., ehemals Horlet Packard aus dem amerikanischen Aktienuniversum. In der Juni-Ausgabe des Traders Magazin auf Seite 16 finden Sie immer zwei Vorschläge, die man saisonal handeln könnte, nicht sollte, immer nur könnte, denn wir wissen ja nicht, ob es funktioniert und in der diesmonatlichen Ausgabe ist dieser US-Computerwert dran. Sie sehen hier, dass die Aktie die wichtige Widerstandszone fast überschritten hat, den Abwärsttrend gebrochen hat und als ich diese Analyse erstellte, damals für das Heft, war die Aktie hier knapp unter diesem Bereich. Ich ging davon aus, wenn die Aktie noch immer unter dem Abwärsttrend ist, dass das ein ganz klarer Short-Kandidat ist. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben vorgestern am Tag des Einstiegs, des möglichen Short-Einstiegs, eine Umkehrkerze gesehen und gestern ging es wieder deutlich nach oben. Für mich ist die Aktie ein Short, wenn es unter das hier zu sehende Tief geht, bei ungefähr, was haben wir hier, machen wir jetzt mal eine horizontale Linie rein, bei 12,69 Dollar. In diesem Fall sollte man seinen Stop hier oben platzieren. Machen wir das mal so, das machen wir hier jetzt mal blau, damit man das ganz klar immer sieht. Das ist die Stop-Linie und mein erstes Ziel wäre dann dieser Bereich. Mein zweites Ziel wäre dann hier diese Unterstützungszone. Wieso sage ich Ihnen, dass man abwarten soll, bis die Aktie unter diese rote, waagerechte Linie fällt? Ganz einfach. Hier geht es um Saisonalität, um negative Saisonalität, wie Sie hier oben anhand der beiden Saisonallinien sehen. Und da muss man natürlich abwarten, bis die Aktie auch wirklich Schwäche zeigt. Jetzt haben wir hier den Bruch des Abwärtstrends mit einem Gap auch noch. Wir haben hier eine Überschreitung der gelben Widerstandszone mit Rückfall und sozusagen eine Verteidigung. Aus diesem Grund, wenn solche Charts zu sehen sind, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig sein und Schwäche abwarten. Halterdauer ist 66 Tage bis zum 26. August. Das bedeutet bis zu diesem Tag, wenn denn der Einstieg kommt. Und mit dieser Short-Position lag der durchschnittliche Gewinn bei 9%. 2011 gab es sogar mal 35%. Durchschnittliche Verluste dieser Position lag bei 6%. Im schlimmsten Fall konnte man sogar 21% verlieren. Aus diesem Grund wartet man da lieber ab, bis die Aktie Schwäche zeigt. Und jetzt gehen wir mal kurz in einen entsprechenden Channel-Chart. Donchin-Channel nennt man das hier. Hier sehen Sie die entsprechenden Einstiegslinien. Die bleibt sozusagen bis zum 29. August. Bleibt diese Linie gültig, dann fängt die Linie an zu steigen. Dieses Signal soll in den nächsten 10 Tagen kommen. Und hier unten sehen Sie es. 12,71 Dollar. Unter diese Marke muss die Aktie fallen. Dann haben wir hier ein Einstiegssignal. Zweite Möglichkeit wäre ein Einstieg, wenn die Aktie noch einmal diesen Hochpunkt hier erreicht. Und in diesem Fall wäre sogar ein Stopp näher zu setzen. Nämlich, Moment, müssen wir mal jetzt hier wieder umschalten. So, hier haben wir nochmal den alten Chart. Nämlich hier über diese Marke bei 14,50 Dollar. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir nochmal in den etwas längerfristigen Chart rein. Denn, Moment, dauert jetzt einen Augenblick. Hier haben wir es. Denn hier ist Wichtiges passiert. Die HP Aktie hat nämlich in den letzten Monaten hier dieses untere 200 Tage Envelope unterschritten. Das hat eine Abweichung von 20 Prozent zu dem hier zu sehenden GD. GD, diesen hat die Aktie gekreuzt, hat es nochmal bestätigt. Der Supertrend ist derweil auf Kauf gesprungen. Und jetzt steht die Aktie sozusagen im 800 Tage Envelope. Das ist eine wichtige Widerstandszone. Sie sehen es hier. Das sind die drei 800er Linien. Und da kann die Aktie wirklich noch weiter steigen bis zum GD selber. Ich mache jetzt mal hier die Kursanzeige. Der GD verläuft bei 13,65 Dollar. Sind also noch 30 Cent nach oben möglich. Der untere Kanal liegt bei 12,96 Dollar. Achten Sie darauf, setzen Sie sich mal ein Alarm. 12,96 Dollar. Wenn die Aktie da runterfällt, dann kommt vielleicht dieses Short-Signal. Und dann wäre der Bereich hier der 200 Tage Linie das nächste größere Ziel. Ich gehe nicht davon aus, dass die Aktie noch deutliches Aufwärtspotenzial besitzt. Denn wir haben hier auf gleicher Linie das obere 200 Tage Band mit einer Abweichung von 20% und auch noch das obere 800 Tage Envelope. Beides im Bereich von 14,37 Dollar. So, jetzt möchte ich Ihnen nochmal einen früheren Kandidaten hier aus dem Magazin zeigen. Nämlich es handelt sich um das Währungspaar Euro in prädlichen Fund. Und jetzt steht ja morgen dieses Referendum an. Und da haben wir ein Problem, was oftmals bei diesen Saisonalitäten der Fall ist. Nämlich, wenn solche Ereignisse anstehen und man weiß davon ziemlich lang schon, dann steigt natürlich die Volatilität an. Und Sie sehen hier, die rote Linie war korrekt ein Einstieg. Wenn man hier sozusagen Short gegangen wäre, hätte man zumindest schon mal, was haben wir hier, wir wären hier Short gegangen, bei 79 ungefähr, 0,79. Und das Tief war bei 0,75. 400 Pips im Gewinn gewesen, bevor die Position wieder in den Verlust marschiert ist. Und jetzt sehen Sie, dass die Aktie, Entschuldigung, das Währungspaar wieder in Richtung Süden abgetreiftet ist. So kann es passieren, wenn solche Ereignisse vorausliegen. Und Saisonalität ist eigentlich ein guter Hinweisgeber. Aber manchmal kommt man dann da doch etwas ins Schwitzen. Und ähnlich verlief es natürlich im zweiten Kandidat des letzten Monats, Amgen Incorporated, ein US-Biotech-Unternehmen aus den USA. Hier war ja eigentlich fast korrekt der Einstieg gezeigt worden. Problem ist nur, die Aktie ist deutlich angesprochen. Und jetzt steht die Aktie wieder genau da, wo man eingestiegen wäre. Sie sollten also wirklich immer die Aktien oder diese Handelsinstrumente hier selbst beobachten. Wir zeigen ja immer im Traders-Magazin entsprechende Produkte der Commerzbank. Da sollte man, weil die sind ja hoch spekulativ, hier hatten wir zum Beispiel einen Short-Hebel auf den Euro-Britisches Fund mit dem Hebel von 8. Auf Amgen ein Long-Hebel mit dem, Entschuldigung, Hebel-Zertifikat mit dem Hebel von 6. Da soll man also genauestens beobachten und muss sein Stopp eng nachziehen. Weil sonst geht es natürlich sehr schnell in den Verlust bei solchen Zertifikaten, solchen Turbos. So, jetzt schauen wir nochmal kurz auf den deutschen Aktienindex. Der ist nämlich bestimmt für viele interessant. Was Sie hier sehen, ist ein DAX am Widerstand 10.048. Den sehen Sie hier, der ist aus 2014, ist der noch übrig. Der wurde öfters mal unterschritten, überschritten. Und der DAX ist jetzt wieder über diesen Abwärtstrend hier gestiegen, steht an dieser wichtigen Marke. Aber was Sie hier als mittleren Indikator sehen, ist eine Spitze über dem roten Bereich. Das bedeutet, sehr viele DAX-Werte sind kurzfristig überkauft. Immer wenn man so etwas sieht hier, dann besteht die Wahrscheinlichkeit einer Pause oder eines Hochs. Hier haben wir nämlich genau das Gegenteil. Der DAX ist deutlich abgerutscht. Der Indikator ist über die grüne Linie gestiegen und hat damit angezeigt, dass sehr viele DAX-Werte in den letzten 5 Tagen, der Indikator berechnet, die Verluste der letzten 5 Tage, sehr viele DAX-Werte zu stark gefallen sind. Und Sie sehen hier, eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein das sieht, könnte man sagen, ja, das war ja eigentlich ein guter Einstieg. Problem ist, so einfach ist es nicht. Im Nachhinein sind wir immer schlauer. So, und jetzt legen wir mal hier diese Linie an und ziehen die mal weiter weg. Das bedeutet, das ist unser Ziel für die nächsten Tage, für den heutigen Tag bei 10.100 Punkte. Erst wenn der DAX diese Linie überschreitet, dann könnte es sogar noch zu weiteren Gewinnen bis 10.500 Punkte kommen. Aber wir haben ja das Referendum morgen. Die ersten Ergebnisse sind Freitagnacht um 5 Uhr zu erwarten. Und dann wird sich zeigen, was da rauskommt. Eventuell ist das meiste der Kursbewegung vielleicht schon abgearbeitet. Was natürlich für weitere Kursgewinne spricht, ist hier der saisonale Kursverlauf des DAX. Der zeigt nämlich an, dass wir am 19.07. erst ein saisonales Hoch zu erwarten haben. So, und da ja sehr viele Leser mit der Zuschauer und Leser mittlerweile wissen, Leser meines Briefings morgens, dass ich den 3-Line-Break-Chart oft zu Hilfe nehme, möchte ich diesen jetzt auch noch zeigen. Denn der steht, wie man sieht, anhand der schwarzen Balken auf Verkauf. Die grüne Linie verläuft bei 10.092 Punkte. Und dieser Indikator besagt ja, wenn die letzten 3 schwarzen Balken mit Schlusskurs überschritten werden, dann haben wir ein Trendwende-Signal. Dann kommt nämlich sowas ähnliches wie hier oder hier. Dann haben wir einen weißen Aufwärtsbalken. Und das bedeutet dann, der deutsche Aktienindex schaltet um auf Kauf. So, jetzt haben wir natürlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 schwarze Balken. Normalerweise kommt es immer zu 7 bis 8 schwarzen Balken. Erst dann ist ein Boden möglich. Aber durch das Reverandum hat sich natürlich jetzt alles etwas geändert. Ich gehe davon aus, dass der DAX sozusagen heute den Bereich von 10.100 Punkte ansteuert. Und dann wird es richtig interessant. So, meine Damen und Herren, das war es aus meiner Analystenstube. Übrigens, morgen kommt die nächste Kurzanalyse. Nämlich, da geht es um den zweiten Wert. Ich sage jetzt nicht, welcher Wert das ist. Weil sonst würde ja keiner des Traders Magazinen mehr kaufen, wenn alles hier schon sich rumspricht. Da gibt es dann morgen im Laufe des Nachmittags ein Update. Und wir werden dann sehen, wie der DAX sich bis dahin entwickelt hat und ob wir hier ein Trendumkehrsignal nach oben bekommen. So, wie gesagt, mein Name ist Thomas Bob. Mittlerweile wohl etwas bekannt. Aber nichtsdestotrotz kann auch ich mit meinen Analysen und mit meinen Techniken falsch liegen. Gerade in so Zeiten, wo solche Sachen von außen kommen, wie das Referendum, ist das nicht gerade unmöglich. Das war es. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das war es. Bis zum nächsten Mal.